ok denn nicht denn willkommen zurück zu einer neuen folge von liborderlands wir sind hier gerade ins lager gekommen haben gedacht so ja machen einfach mal offscreen ins lager ja viele nebenquests warum sind hier so viele gegner was für eine zeit jetzt läuft die zeit ach du scheiße alter die sind über die ganze map verteilt ja ab ins auto und aufteilen aber ganz schnell wer geht wohin ihr müsst vom ding runterfahren leute ich weiß irgendwie war ich nur nicht auf dem fahrersitz und jetzt ist da ein scheiß k.i. im weg bei mir ist die blockiert ich gehe gleich hier runter ja ich fahr ich fahr rechts du siehst ja wo ich lang fahre ich gehe den ganz ganz hinten holen an die arbeit ah wo kann man denn noch hin einer ist abgeliefert gut ich versuche die beiden auf der seite fahren da gehört zu machen ich bin auch gleich bei meinem ziel Leute wir sollen es schaffen noch 9 minuten übrig zu haben wenn man bei 10 minuten anfängt ey keine ahnung wir haben nicht unbedingt bei 10 minuten angefangen vielleicht indem die leute schon da stehen gut gemacht wir sind echt ein tolles team du und ich so meiner ist abgegeben habe ich noch einen bei mir in der nähe ja die sind alle so weit weg aber ich fahr jetzt gerade mal hier eine route ja lennart ist bei den zwei letzten wenn er da gerade ausfährt aber jetzt zu lennart zu fahren macht keinen sinn komm schon komm schon ah stimmt du hast da auch noch einen oben weil ich habe bei mir keinen in der nähe wo bett ist egal abliefern rinns auto weg würde ich ja machen wenn die mich nicht runterhauen würden burger für sumpftypen denn psychos oh man oh man der sprung war gut so solange wir es in der zeit schaffen ist alles groß ich habe mich festgeglitscht ich kann nicht mal mehr aussteigen mag mich mal jemand rammen die zeit läuft ab aber du darfst nicht aufgeben ich bin raus du bist gedespawnt du hast noch das spiel verlassen läuft bei dir ja rückwärts aus der ganzen alles gut läuft richtig läuft richtig bei dir muss aus nein ja ja liefere noch mehr burger aus geh zurück zu meinem schildhalter und er gibt dir dein geld komm schon wow naja wenigstens haben wir die plus 5 5 minuten geschafft also geht schon es gibt schlimmeres ja aber die quests haben sie immer ja die gibt es ja schon seit anfang an in borderlands diese scheiß großlieferquests wenn du gerade in der gegend bist und arbeit suchst sprich einfach meinen schildhalter an diese sofort wieder da mein spiel hat sich verabschiedet ja naja du bist also wieder da um mehr verdammte burger auszuliefern das gefällt mir dann mal los denk dran die schilder meines konkurrenten für bonuszeit zu demolieren ah so kriegt man bonuszeit ah ok schilder demolieren ja zum ach so die quest ist gar nicht abge angenommen willst du mit dem auto fahren was willst du mit dem auto fahren ja hab ich gerade eben auch gut zeit läuft oh gott äh ich geh gleich den hinter uns holen ja zeigste konkurrenz bonuszeit uh volltreffer frisst das werbetafel frisst das werbetafel wie sehen die werbetafeln aus leistrot läuft ok schlafen guck die werbetafel ging mir besonders auf den sack Miau! Da war ich doch vorhin schon mal. Muss man die Burger immer an die gleichen Stellen ausliefern? Ja du gerade, das ist die gleiche Lieferung. Burger für Sumpftypen! Verdaufte Burger! Leck mich, Legacy Drive-In! Ja! Die Werbetafel ging mir besonders auf den Sack! Noch einen Burger. Machst du den, oder? Keine Ahnung, wo der ist. Ich komm da glaube ich am schnellsten hin. Okay. Versuch mal noch Tafeln wegzumachen. Ich muss noch welche finden. Deine Zeit läuft ab! Beeil dich! Das ist nämlich hier um die Ecke. Hier müsste das hoch sein. Genau. Mach mal noch eine Tafel weg. Suche Tafeln, aber ich finde keine. Ich hab sie! Oh Gott! In neun Minuten voll geil! Voll geil! Das gibt einen saftigen Bonus! Geh zu meinem Schildhalter und deine Kohle zu kassieren! Voll geil! Alle Bonis bekommen! Easy! So muss das laufen! Wie kommen wir denn zurück? Wieso können wir das hier eigentlich nicht benutzen? Das geht mir ja auf den Keks. Ich bin voll einbefacht, das Ding hier zu benutzen und gut ist. Es ist so ein Scheiß! So ein Scheiß! Mit dem Geld da hoch. Kümmer dich nicht um den schweigsamen Schildhalter! Die sind immer so! Es danke, dass du die Burger ausgeliefert hast, Kumpel! Komm wieder vorbei und liefer noch mehr aus! Stufe 30! Die Nebkürzen hier war nicht normal. Nicht? Macht dir keinen Spaß so was? Doch, aber wir haben sie ja jetzt schon das Beste gemacht. Lass es wohl wahr. Was kommt denn jetzt? Keine Ahnung. Ähm... Wollt ihr es wirklich wissen? Mach mal Sumpf, Bruder. Mach mal Sumpf, Bruder an. Das war doch auch hier, oder nicht? Das war hier nebenan, ja. Mach mal an. Komm mal zu euch. Hallo Welt! Was ist denn so ein Sumpf, Bruder? Toll, kühler Wahnsinn! Ah, okay. Hat er schon. Damit ich mich einschmieren kann. Oh man. Oh, wie das stinkt! Die müssen sich in die Hose gemacht haben, so wie das riecht! Ich hab keine Ahnung was du machst, aber es klingt interessant. Schauen wir uns ein paar Saurianer-Opfer! Ja, sie hat sie grad mit eingeweiht oder eingeliebt. Sehr gut. Komm mal zu dir. Sollst du nicht den ganzen Spaß alleine haben. Wow, da ist einer! Dieser Grok saft birgt! Ich frag mich, wie der wohl schmeckt. Aber egal. Auf in den Kampf! Keine Sorge! Ich mach das! Oder doch nicht! Ja, die sind aber geplatzt. Da sind wir. Die Gefahr muss nach Blut schmecken. Dein letzter Stunt hat dich beinahe umgebracht. Wenn dich die Gefahr anruft, nimmst du den Hörer ab. Scheiße, wie komm ich da auf? Nimm die Leiter. Stimmt. Ring Ring Kumpel, Ring Ring, es ist für dich, Ring Ring. Krasser Sprung, Parkour-Style. Wuhu, Hardcore Parkour. Krasser Sprung, Kumpel. So muss man auf die Beine kommen. Der Typ ist so bescheuert. Ein wenig. Brauchst du dafür nicht einen Fallschirm oder sowas? Fallschirme sind wie Windeln des Himmels. Das ist was für Babys. Willst du nicht am Limit leben? Am Limit der Gefahr? Komm, bitte sag, dass er hier runterspringt. Ja, komm, komm. Krasser Sprung, Parkour-Style. Läuft bei dir. Seid ihr jetzt da oben? Hm. Gute Frage. Scheiße. Der war nicht so gut. Scheiße. Ich will da hoch. Warte, ich mach's mir einfach. Ich reise einfach zurück. Statt außen rum zu laufen. Er sagt, man soll hier hin. Gut, ich bin hier. Ich liebe den Geschmack der Gefahr! Jetzt muss man hier hin, wo Leonard ist. Ach so. Jetzt verstehe ich, wo er hin möchte. Jetzt verstehe ich auch, wo er hin möchte, wo man hin springt. Alter, das ist, das ist aber schwer. Man kommt da nicht hin. Ah ja doch. Von hier aus musst du halt auf diesen Vorsprung da springen. Aber ich spring halt zu kurz. Ich kann halt nicht so weit, ich kann halt nicht so schnell rennen. Das ist mein Problem. Wow. Ich bin glücklich. wofür gesprochen. Komm da nicht rüber, ne? Kannst du vergessen. Wenn du so nicht mehr lange leben wirst. Ich hör immer nur, verdammt ja, Raketen. Sorg mir welche. Das wird fantastisch. Verdammt ja, Raketen. Oh Mann. Okay, wir müssen eh jetzt da runter. Geronimo! Ey, Kollege. Kein Stress machen, ja? Nicht drauf schießen, nicht drauf schießen. Genau das hatte ich auch im Sinn. Hol ihn raus, die Ratten! Oh. Ein kleines Nabel schon mal. Nummer eins! War klar. Ich hol mal die anderen, solange ihr da Spaß habt. Ja, okay, du holst den. Einer muss noch da hoch. Da komm ich, glaube ich, hier hoch. Jo, easy. Das war cool. Oh Gott, der hält aber viel aus. Kaboom! Ah, ich liebe diesen Mech. Der macht echt Spaß. So, aber ich habe doch den Kanister geholt von da oben, willst du mich verarschen? Äh, ich habe den noch eingesammelt. Steigen nicht richtig! Gut, dann sammle ich hier nochmal einen. Was für mich veransprochen! Das reicht, mach sie fest! Die Gefahr, oh! Ja, die Gefahr! Oh, was hat er vor? Es geht anscheinend um den Fahrstuhl. Das ist gar kein Fahrstuhl. Ist das eine Raketenbahn? Ja. Voll geil. Ich will auch da rauf. Ich will auch mit rauf. Los geht's! Komm! Los! Ich komm mit da rauf. Über die Kante springen, genau. Komm nicht auf die Kante. Mach auf die andere Seite, mach noch die da. Aber das wird schon. Schieß einfach auf den Zünder. Das sollte helfen. Woo! Zündung! Schieß auf die Zündung! Nö. Schiiiie! Meiner kann was nicht besser warten. Welche Zündung? Die. Schmücke die Gefahr! Das ist bescheuert. Wie hoch er fliegt! Hey, hi. Ah, jetzt kann man hier hoch. Ah, jetzt können wir auch die Truhe hier öffnen. Voll geil. Du musst mal oben springen, ne? Ach nee, jetzt. Ja, schade, jetzt bremst der Feuer. Aber also, er geht automatisch hoch, wenn man rauf geht. Das ist cool. Oh, die Truhe war bei mir einfach leer. Auch nicht schlecht. Nein, wir haben die vier Waffen noch jetzt im Inventar. Was ist das denn? Das ist wieder so eine Unendlich-Schieß-Aber. Ja, und mit meiner kann man nicht zielen, weil sie selber brennt. Verbraucht vier Munition pro Schuss. Lol, nein, nicht wirklich. Alles klar. Oh, ich hätte auch so geile Ideen, so bei Waffentext zu schreiben und so ein Scheiß. Schießt die Tränen weg. Der Text auch. Ganz kurz, ne? Meine Waffe brennt halt auch permanent. Ja, aber achtet mal auf eure Munitionsanzeige, weil mir steht 500, egal wie oft die Schüsse sind. Bei mir steht 463. Ja, aber es wird nicht weniger. Nicht wirklich. Also ist das ein Infiniti? Bei mir hat sie... Bei mir überhitzt... Also... Kannst du deine Waffe überhitzen lassen? Ja, kann nicht. Nein, guck mal. Meine ist im roten Anschlag, ne? Ich schieße immer noch weit weiter. Alles gefixt in dem Spiel. Alles gefixt, ne? Läuft. Also die werde ich definitiv behalten. Das ist einfach eine Unendlichkeitswaffe. Ist ja geil. Ja, okay. Code Detector zuerst ist also nicht mal egal. Was ist das für eine Scheiße? Aber die ist halt übertrieben schlecht, ne? Schüsse bis defekt 999. Steht da. Zumindest. Was zum Teufel ist bloß los mit diesem Spiel? So, jetzt habe ich 481 Schuss, aber wird auch nicht weniger. Vielleicht ist es beim nächsten Reloggen auch wieder richtig, keine Ahnung. Ich behalte sie jetzt. Ich auch. Alleine weil sie brennt, ist sie cool. Okay, was schiebt ihr als nächstes an? Eine neue Folge. Ja, krass, oder? Wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Jetzt steht bei mir 500 und das wird nicht weniger. Und überhitzen tut sie nicht. Voll witzig. Bescheuert. Okay. Dann würden wir sagen, mit unseren geilen brennenden Backwaffen verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Keiner sagt Tschüss. Okay, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.